Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen über eine Studie von TCS berichten, die herausgefunden hat, dass die Mehrheit der Autofahrer sich über das Blendlicht anderer Fahrzeuge ärgert. Im Anschluss wirfen wir einen Blick auf die neuesten Firmengründungen vom 31.01.2024. TCS-Studie zeigt, Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer ärgert sich über das Blendlicht anderer Fahrzeuge. Blendung ist ein häufiges Problem im Straßenverkehr, das die Sehleistung und die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann. Eine Erhebung des TCS stellt fest, dass das Blenden durch andere Autos von einer Mehrheit der Fahrerinnen und Fahrer als störend empfunden wird. Mehr als ein Drittel der Befragten hält es für wichtig, dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Den ganzen Bericht von TCS finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 31.01.2024 wurden 228 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 40 Firmen in der Region Zürich, 24 Firmen in der Region Watt und 22 Firmen in der Region Zug. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.medienbooster.ch oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800-Search. Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv. ENDE ENDE Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020